Wir haben letztes Jahr unser erstes Bäcker-Rennen gemacht. Und das war schon eine tolle Angelegenheit, hat ehrlich Spaß gemacht. Da haben wir 60 Teilnehmer ungefähr gehabt. Dieses Jahr hat sich das Ganze mehr als verdoppelt mit 156 Teilnehmern. Und das freut uns natürlich, weil das auch bedeutet, dass die Veranstaltung bei unseren Kunden gut ankommt und dass es ihnen Spaß macht. Also die Idee ist super. Man hat was zu tun, man bewegt sich, es gibt eine super Verpflegung. Kann man nur weiterempfehlen. Super organisiert, schönes Wetter, tolle Leute. Ja super, super schönes Wetter, passt perfekt. Ja, ich habe ein Brezensalz dabei. Das kommt ja normalerweise auf Karnspitz drauf oder auf Brezen drauf. Aber wir verwenden das Brezensalz, wenn es entsprechend warm wird. Und da wird die Piste weich und wenn man das Salz drauf steht, kann man die Piste härter machen. Und da wird die Piste hier. Und da werden die Piste hier, das war ein Bregen. Ich finde es immer gut, wenn Leute Skifahren, wenn jetzt eine österreichische Firma mal in Deutschland Entwicklungshilfe leistet, dann macht das schon Sinn. Vielen Dank.